Wir haben neue Messer mit Akku erhalten. Können Sie unser neues Modell sagen, was für ein Tonner Messer ist das? Wie viel Kapazität? Also da haben wir ein Jahr lang gewartet, bis das Messer auf dem Markt kam. Der ist wasserdicht und leise. Und wir sind sehr stolz darüber, das Messer präsentieren zu dürfen. Ja, wie kann man es sauber machen? Der ist wasserdicht. Ja, erstmal, ja, und was man rein machen, dann Kopf, ganz runter, kein Problem. Ja, jetzt drehen, ne? Also vom Wasser keine Angst haben, ne? Ja, dieses Messer ist zwei Jahre Garantie. Ähm, vom Wasser, Wasser hat keine Chance reingehen, ja? Und hier, Ladegerät. Ähm, in sechs Monaten im Wasser laufen lassen. Dann haben wir diese, äh, festgestellt, dass das wasserdicht. Also, wasserdichte Dönermesser, äh, weltweit bekannt, das ist ja unser Name. Äh, Europas 190 und Europas 90, Europas 80. Äh, wie kann man also vorne Schnittstärke stellen? Ja. Das ist ja hier, ganz leicht reinzustellen. Und die kann man also dann vorne, äh, 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 mit, 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 zwie Schrauben. Ja, ja, zwei Schrauben, zwei Schrauben, zwei Schrauben, zwei Schrauben, locker machen. Ja, ganz so leicht. Machen bisschen locker, ja, damit die sehen, wie leicht dann, also, zu bedienen ist, ja. Ganz einfach so. Dankeschön.